Er rennt straight wieder zu unserer Basis hin. Sag ihm, das ist besetzt, das Haus. Ja, hab ich. Ich hab ein Schild. Es geht nicht. Wir kaufen nichts. Wir kaufen nichts besetzt. Aber er will uns unbedingt einen Wachtturm zustecken, hat er gesagt. Keine Werbung. Hat er von denen. Ja. Er hat gesagt, nur mal reinschnuppern. Mhm. Das ist ein Spezialist nur für YouTube. Kommentare. YouTube-Arzt, genau. Ja, Kelly geht da hin. Hat nichts gebracht, oder? Nee. Sie hat sich der Behandlung zu sehr verweigert. War nicht open genug. Du bist bei 5,5 von 124.000. Ja gut, so viele Pfeile haben wir gar nicht. Hier wird 50 verschossen. Ich hab 100... 1874 Damage. Alles klar. Alles klar. Und ich hab keinen Vogel. Das war witzig. Er ist auch hier durchgepackt. Ich wollte ihn eigentlich... Das ist ja relativ geschlossen da. Und ich wollte... Hat der jetzt in einem Streich und zwei? Ja. Nein! Hier ist ein Gigantumhaus! Ich hab mich umgebracht. Schafft der Gachi? Passiv? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hat er sich gewehrt? Ich spawne. Ich hoffe nicht, dass der... Oh mein Gott. Natürlich ist hier einer vor unserem Haus jetzt. Der weiß das, was wir mit dem da oben machen. Na klar weiß der das. Ich kann nirgends von uns spawnen. Wo ist Gachi? Wir müssen auch noch betten sein. Ich spawne bei Bett. Gachi! Oh mein Gott! Gachi ist so gut wie tot. Gachi hat nix mehr. Ich bin nur gespawnt und wurde durch das Haus durchgenudelt. Gachi ist tot. Ich bin tot. Oh mein Gott. Ich hab mal die Spawnrate erlebt. Ja nur für die Giganotum, damit da mal ein bisschen was ist. Nur ist ja auch jetzt was ein bisschen. Ich hab's für dich getan, Spatz. Für mich? Für deine Liebe. Scheiß auf den Giganotum. Aber wir brauchen ihn für die Höhlen, haben die Leute gesagt, weil wir... Ich brauch gar nix. Wir müssen... Ich will in meinem Haus leben und brauch keine Höhlen, verstehst du? Ja, ne, war ne tolle Folge. Erst hab ich draufgeschossen 10 Minuten und dann wurde ich zweimal hintereinander geguckt. Das ist arg. Kann ich ja nix dafür. Zehn Waffen und 5000 Pfeil in der nächsten Folge. Seid ihr gehypt? Auf nem Giganotosaurus zu reiten? Ich bin's. Titanenschlägerei. Du bist so ein... Ich sag, ich mach Werbung. Machst du früher auf nen Jahrmarkt oder so? Gewinne, gewinne, gewinne. Preise, preise, preise. Hey, sie da. Sie, junger Mann mit der Freundin. Wollst du ein echter Mann sein? Dann schieß du doch mal hier drüben. Ja, so hab ich damals mein Geld verdient. Ich hatte aber nen netten kleinen... Deswegen kannst du so gut lügen. Ja, ich hatte... Als müsste man auf nem Jahrmarkt lügen. Was? Ich hatte... Gute Laune vorlügen dir. Ich hatte damals nen sympathischen Affenbutler. Ja, also... Was? Und dem hättest du viel lernen können vom kleinen Bobo. Alles klar. Das war ein toller. Komm, ein bisschen Freude macht dir das Ganze schon, oder? Nein, kein Bild. Nicht die Spur. Du findest ihn aber schon irgendwie süß. Nein, auch nicht. Bisschen butzig den kleinen Giganotosaurus. Nein, überhaupt nicht. Nicht immer ansatzweise. Und wie nennst du ihn? Schnurzelchen oder Butzi? Blödes Arschloch. Ja, aber das wär zu passend. Wie wär's mit Butzi? Wär das die Abkürzung? Oder wie wär's mit Nervenzusammenbruchli? Ja. Ach, die Arc-Profis sagen dann, nein, den musst du mühevoll in Schichtsystem... In Schicht... Da gibt's ne Arbeitskiste zu kriegen. Warum schweben die denn? Siehst du das auch? Ja, das... Die haben neue Fähigkeiten. Guck mal, der eine untert wirklich irgendwie da so Nebel im Gesicht. Bisschen heilen. Abkühlen. Ja, aber du stehst. Achtung, da kommen... Was? Viecher. Ich bin rausgeschlungen. Wie, aus dem Spiel? Verbindung unterbrochen. Was? What the fuck? What the fuck? What? What? No. Kompletter Spiel oder nur im Menü? Ich bin jetzt im Menü. Moment. What? Oh mein... Was? Ja. Oh mein... Die kommen ja schon zu mir hin. Was ist denn da drin? Würdest du mich verarschen? Was? What the fuck? Okay, rückzug, rückzug. Oh mein... Da kannst du nicht mal kurz reinschauen. Was? Raptor Klaus? Ja, der fliegt oben am Himmel entlang und droppt Geschenke. What the fuck? Ganz guter. Okay. Raptor Klaus. Glaubst du nicht an Raptor Klaus? Boah, die Höhle wird... Ja, klar gab's den. Raptor Klaus? 100%. Echt? Ja, natürlich. Ich glaubst du Weihnachten... Ich glaubst du Weihnachten haben die Dinos nicht gefeiert. Ich glaub, du verwechselst das mit der Serie. Was? Das war keine Dokumentation? Das war keine Dokumentation, Kies. Ich dachte, das wäre echt. Nicht die Mama oder wir. Nein. Ich dachte, das wäre echt. Alter, ich hasse das hier umzudrehen. Geh... Drück... Okay. Bip, 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 bip. Ich krieg's nicht hin. Ich steck im Fels irgendwie immer so halb. Ja, ich steck in dir. Das tust du doch immer. Jetzt häng ich hier. Warte mal, lass mich erst mal raus. Ja, geh raus. Du steckst doch immer in mir. Ist jetzt nichts Neues unbedingt. Ich mach an dem keinen Schaden. What? Oh shit. Ja, wenn die mich treffen... Was? Ich bin runter... Der hat mich runtergespuckt. Pfeift den Vogel und geh weg. Pfeift den Vogel und geh weg. Und guck, dass du rauskommst. Oh mein Gott. Ich komm zur Basis. Ich komm zur Basis. Ich hab... Ich hab deinen Vogel. Ach, du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What is happening? Es ist eine Menge happening. Oh mein Gott. Good stuff happening. Nee. Kann man auf den Reiten? Braucht man den Sattel? Ach, von der Schwar... Oh. Oh, okay. Bist du tot? Ja. Der hat mich vom Ding runtergeschmissen. Du bist Ziel eines Schwarms. Und dann kommt immer dieses Du bist Ziel eines Schwarms. Das sind halt diese Motten, die da mit ihm rumfliegen. Und die haben... Ja. Hat mich runtergeschossen. Ich lande im Wasser. Ich versuch's zumindest. Und... Nee, hab's nicht überlebt. Ich werf jetzt gleich einen Meisterball drauf und schau, was passiert. Ja. Wenn er jetzt drin ist, wer ist das Witzigste überhaupt? Achtung! Ich hab ihn gefangen! Ich hab ihn gefangen! Ich hab ihn gefangen mit einem fucking Meisterball! Ich hab ihn gez... Was? Ich hab ihn gefangen mit einem Meisterball! Nein! Nein! Was? Nein! Das wolltest du doch, oder nicht? Ja, aber ich hab doch nicht gedacht, dass es funktioniert! What the fuck! Ja, was? Wie? Was ist das? Der Plan! Ich werf mal den Meisterball. Achtung! Der fliegt weit! Das ist so fast! Wow! Nein! Ich hätt' nicht gedacht, dass es funktioniert! Niemals! Wie viel Leben hat er denn? Muss ja, es muss ja gehen! Ja, aber wie viel Leben... Ah, warte! Ich fall runter! Was ist denn? Ich fall runter! Ich bin RIP! 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 Könnte was sein! Abgefuckt! Wo ist die scheiß Höhle? Ich weiß es nicht! Aber die Kinder wollen was sehen! Ja, dann mach doch mal! Sonst gibt's Schläge ins Gesicht! Und ein Weg, Weg des Lachen! Von Patrick Söhren, neun Jahre alt! Wahrscheinlich ist die so ein kleiner Spalt und weil es so dunkel ist, sehen wir es nicht. Oh, da oben ist Raptor Klaus! Ich sehe ihn! Auf seinem Schlitten! Mit seinen Rentieren! Ah ja! Geschenke! Yay! No! Ja doch! No! Ja dann! Nee! Mwahaha! 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 Miau! Oh Gott! Ich hab die Köpfen recht an und liefern und so ein! Also, du lebst den Traum! Okay, ich hab gelogen! Wie jetzt gelogen? Ich hab keine Villa! Und deine eigene Bäckerei? Hast du die wenigstens? Hab ich auch nicht! Hast du wenigstens einen Backofen? Ich hab nicht mal einen Backofen, ne? Hab ich gar nicht! Eine Mikrowelle aber schon, oder? Muss ich mir alle bezahlen? Ich sag das nur im Internet, dass das so ist! Hast du eine Feuerstelle wenigstens? Ich hab mein Feuerzeug gefunden auf der Straße und damit hab ich mir meine Suppe aufgewehrt! Ich weiß, ob es traurig, aber wahr! Wir müssen jetzt das Artefakt holen! Wir waren ja letztes Mal direkt vorm Artefakt, aber dann hast du diese tolle Idee gehabt, abzusteigen und warst halt direkt... Ach, jetzt bin ich wieder schuld! Ja, ich will jetzt nicht mit dem Finger auf dich zeigen! Will ich wirklich! Ja, das machst du immer! Nee! Machst du immer! Also, ich mach andere Dinge mit meinem Finger an dir, aber nicht zeigen! Wieso bist du wieder so übersexuell heute? Hast du noch nix erledigt, oder so? Haben wir nicht gesagt, vor den Aufnahmen immer einen schütteln! Ich hab aber nicht diesen Luxus! Das ist wie von einem Day! Ich kann mir nicht mal schütteln leisten! Ja! Kannst du nicht deine Hand dazu überreden, oder? Nein! Die will auch schon gehen? Ja! Die will gefüttert werden! Ja! Die... Die will auch was sehen! Aber 2019, haben wir ja gesagt, wird unser Mega-Jahr, ne? Ja! 2019 werde ich dann strahlen kommen! Also, 2019 wandern wir aus! Bis Ende, das ist der Plan! Wenn das nicht ist, dann... Ich nehm dich bei Wort! Ja! Auch wenn wir nur irgendwie in ner Pappschachtel in Spanien am Strand... Das reicht doch! Das ist ne Steigerung zu jetzt, ne? Das ist, ja! Internet in ner Pappschachtel und... Bist du da? Ja, über dir, wie immer! Und? Ja, und zu mir was sagen! Na, war die ganze Zeit horny! Ich bin überhaupt... Die ganze Zeit... Oh, ehrlich zu sein! Ich bin absolut... Ich bin überhaupt nicht horny gerade! Also, nicht nur ansatzweise! Weil du bedient bist! Weil heute schon... Ja, überhaupt nicht! Ich hab heute den ganzen Tag noch gar nix! Miranda hat ja schon... ...dein kleines Konzert! Nur zum Pieseln benutzt und sonst nichts! Im Sitzen, oder? Eigentlich so wie die letzten Jahre, aber... Im Sitzen aber! Du bist so jemand, der setzt dich hin! Ich setz mich hin, ja! Du bist kultiviert und zivilisiert! Ne, ist einfach zu anstrengend! Echt? Findest du? Was daran anstrengend! Oder wie beschwindelig und so? Weil's so hoch ist, oder? Höhenflug, oder? Wie soll ich das verstehen? Du hast ja deinen eigenen Arzt, ne? Ja! Ich hab meinen eigenen Arzt! Der hat seine Zulassung verloren und lebt auch mit mir unter der Brücke! Ist ein netter Typ! Ja! Ich hab nicht den Luxus, den du gelebt hast! Was gab's eigentlich so als Weihnachtsessen? Gab's wenigstens Ente? Weihnachtsessen? Gab's keine Ente? Ich hab Ente gehabt sogar! Was hab ich denn gegessen? Hab ich denn eine Pizza, oder was? Boah! Mit Ente drauf als Belag, oder? Und hoch! Hast du's, ja? I did it! Boah! Gibt's hier einen kleinen Applaus? Okay, dankeschön! Yes! Und jetzt müssen wir rüber zur Plattform! Dankeschön bei der letzten YouPorn-Session! Mhm! Da haben auch alle gejubelt! Also... Okay! Ich komm dann mit dir! Okay, die Folge ist vorbei! Danke fürs Zusehen! Bis zum nächsten Mal! Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da! Wir brauchen den Shit! Den hacken wir klein und ballern ihn uns durch die Nase! Was? 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 Nicht? Ich mach das! Ich... Ich kann mir das nicht leisten! I do trucks! Okay, bis zum nächsten Mal und... Tschüss!